Hallo und recht herzlich willkommen auf meiner Kanal xPlayerGam01. Heute mal ein kleines Video. Ich habe ein bisschen gebaut auf dem Server von BlackCokeYouTube, wie ihr seht. Ich habe mir eine kleine Wand... Ach Gott, was habe ich denn hier veranstaltet? Ich hasse BlackCokeYouTube Server dafür extrem, ne? Dass so ein Raster hier ist. Ich werde das mal eben wegmachen. Ganz einfache Geschichte. Ich habe hier ein bisschen gebaut. Wie ihr seht, ich bin gerade in Gamebot auch tatsächlich online. Ja, ich habe ein bisschen was in Gamebot gebaut, in Creative. Mir ein kleines Haus gebaut, irgendwas mache ich dann in Survival. Ich wollte das Ganze jetzt... Da ist ja eh hier schon ein Gamebot mitgebaut, oder wollte ich jetzt nicht das Ganze hier aufpustern. Ein paar Infos für euch als Zuschauer, was euch wichtig sein sollte. Ich habe jetzt wie gesagt das Projekt vorgehabt, weiterzuführen. Darf ich nicht mehr. Mir wurde es untersagt. Ich habe eine E-Mail bekommen, in der drin steht. Ich darf weder Ton noch Aufnahme nehmen. Alle Dateien sind sofort zu löschen. ETC. Ich weiß nicht, ob ich euch da jetzt einen kleinen Einblick gewähren kann. Also ich kann euch auf jeden Fall gewähren, aber... Ich kann euch nicht die E-Mail-Adresse selber zeigen und so. Also ich werde da jetzt an der Stelle, lieber Player Gamer, immer in den Sinne genau jetzt einmal einblenden. Ungefähr ein paar Sekunden, was da jetzt Phase ist. Könnt ihr jetzt das Video stoppen, um euch das Ganze mal durchzulesen. Ich wollte es euch mal gezeigt haben. Ich darf weder Ton noch Aufnahme und so weiter machen. Und genau jetzt sollte der Strike eingeblendet werden. Dass ihr seht, ich habe auf meinem Dashboard riesengroß draufstehen. Ich habe einen Strike aufgrund einer Urheberrechtsverwarnung erhalten. Und wenn ich richtig gut bin beim Schneiden heute tatsächlich, dann schaffe ich das sogar jetzt gerade in dem Zeitpunkt, euch einzublenden, ab wann der Strike abläuft. Gut, also wie gesagt, ich wollte euch ein paar Infos geben. Minecraft Christmas wird tatsächlich stattfinden. Ich bin auf den Discord aktuell auch angenommen. Wir schreiben da schon sehr, sehr viel. Und ich freue mich auf das Projekt tatsächlich. Erstens kann ich jetzt ordentlich schneiden. Mir wurde es ein bisschen beigebracht. Für die Leute, die wirklich Spaß am Schneiden haben aus der Community, könnt ihr mir ganz gerne auf YouTube eine DM schreiben, falls das überhaupt noch geht. Ich glaube, das habe ich deaktiviert. Wenn nicht, dann kommt ihr auf den Teamspeak. Ich bin immer wieder auf dem C-Logistics-Team-Sieg drauf. IP wird jetzt auch eingeblendet. TS.C-Logistics.net Ja, was bleibt mir weiter zu sagen. Guckt euch das Video von Blackhawk YouTube an. Dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link. Mir hat das Video sehr gefallen. Ich habe mir das angeschaut. Vor zwei Stunden wurde es veröffentlicht. Und ja. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Euer XplayerGamer. Null eins. Untertitelung des ZDF, 2020